Okay, jetzt lass uns mal, der gute Jiggy hat wohl in seinem Freitags-Stream eine Reaktion auf meinen Song gemacht. Und das würde ich mir gerne angucken, weil Jay guckt sich immer mal ein bisschen Hip-Hop an und ich glaube, der hat keine Ahnung, dass ich irgendwie was mache. Der hat einfach keine Ahnung. Deswegen, gucken wir mal, die Reaktion ist 25 Minuten 25 lang. Digga, der Song ist nicht mal 5 Minuten. Also entweder er ist reißerisch über ihn drüber gefahren und geht jetzt ehrenlos auf Mutter oder es wird schlimmer. Oder es wird schlimmer. Oder es ist ein langes Placement drin, auch wahr. Mal gucken. Was ist das? Achso, was ich mir tue. Gut. Sarah Kitt. Sarah's Kitt sieht ein bisschen aus wie ein tätowierter Joe Rilla mittlerweile. Warum sieht ein Sarah Kitt jetzt aus wie Joe Rilla? Der soll mal den, der soll mal ein Cover von Osten Rollt machen. Und dann halten wir die Videos nebeneinander. So, was machen wir? Jetzt gehen wir in die YouTube-Szene rein. Komm, das bringt die besten Klicks. Naja, nicht wirklich. Ich sehe hier TJ Beast Boy direkt. Tattel, die Tattat, I'm a lovely one. Lass bloß die Tattel in Ruhe. Stay. Shoutout geht raus. Stay war auch mal hier. Er war auch mal, äh, äh, hat er glaube ich sogar selber gesagt. Ich will nicht sagen Fan von mir oder so, aber er hat sich sehr gerne meine Videos angeguckt. Ja. Ich mag Jiggy. J, 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 J. Was ist ein J, 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 J oder J, J, J. Als ich noch normal und nicht arrogant war und seitdem ich mich so stark verändert habe und alles nur noch für die Klicks und das Geld mache, weiß ich gar nicht, ob er mir noch hin und wieder zuschaut. Seitdem nicht mehr. Seitdem nicht mehr. Nur noch irgendwelche ekelhaften Drecksplacements von irgendwelchen Koffeinpulvern. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass er mich kennt. Er war auch so, so geil hat er hier sogar einen Fuffi irgendwie donatet, weil ich ihn nicht kannte, als er hier im Stream war. Er hat irgendwie mal eine Nachricht hier im Stream hinterlassen und alle so, ey, stay ist im Chat, stay ist im Chat. War mega unangenehm, ich erinnere mich an den Moment. Und dann habe ich, weil alle Leute übelst rumgef... Weißt du, da kann ich in Chats schreiben, ist super unangenehm. Und dann habe ich in den Chat geschrieben und alle so, ahhh. Und dann habe ich gesagt, ist das unangenehm? Und habe ihm dann Geld dafür gegeben, dass das passiert ist, weil das so ein ekelhafter Fremdwerbungs-Vibe war. Und dann bin ich gegangen. Seitdem schreibe ich, also ich versuche einfach gar nicht zu schreiben. Das ist immer weird. Ich sage so, okay, who the fuck is this guy? Ja, ja, das ist auch unangenehm. Das ist nicht so von wegen, oh, guck mal, wie die Leute mich kennen, die ist einfach nur unangenehm. So nach dem Motto. Und dann habe ich mir seinen YouTube-Account angeguckt. Und er hat mir daraufhin einen Fuffi donatet und hat gesagt, hier, danke für die Werbung oder irgendwie sowas. Genau. Weil ich das so unangenehm fand. Ich finde das auch immer weird, so, äh. Ah, ah, ah. Das ist so, mhm, I don't know. Ähm. Aber grüße gehen raus. Jay, 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 ich sage Jay. Ich sage jetzt einfach Jay, ist nett. Sehr nett. Und irgendwann hat er auch mal mit Montana Black über mich in einem seiner Talks geredet. Das war auch schön für mich. Kann ich mich nicht erinnern. So, ne? Und Stay scheint mir ein sehr... Ja. Weises... Ja. Bruder, jemand, der Rap-Texte innerhalb von Sekunden schreibt, muss so genau darüber nachdenken, was ich bin. Wie lange überlegt er? Intelligentes... Bruder, er denkt auch, ich warte, warte mal, was sage ich jetzt? Bruder, die Pause! Äh, Köpfchen zu sein. Ähm. Und ich bin gespannt, wie er rappt halt so, ne? Ich bin gespannt. Das ist immer für mich irgendwo auch das Unterhaltsamste, weil so viele Leute meine Meinungspositionen von Videos vielleicht kennen oder mal ein Video gesehen haben oder meine Talks, aber nicht wissen, dass ich schon seit 20 fucking Jahren, mehr als 20 Jahren Mucke mache. Aber das ist halt immer sehr, das ist für mich immer eine sehr lustige Sache, weil die dann sofort mit dem Scheiß einsteigen, der auf dem aktuellen Fähigkeitenstand ist. Was hier auf uns zukommt, ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach rein, oder? Wenn du morgen einen Cutter hast, dann kann ich dich heilen. Schönen, it's a wrap! Ab in die Massen! Digga, können wir ihm die Kirchensteuer direkt überweisen einfach? Können wir es einfach so machen? Geil, das war ja vollkommen gestört. Das war ja vollkommen... Starke Reaction. So schön, emotional und vom Herzen gesprochen. Ich bin echt begeistert davon, wie begeistert du bist. Dir hätte man sogar Uncut hochladen können. Hab mir die Uncut-Version angesehen, nachdem uns so viele Zuschauer angeschrieben haben und die Stunde ging so schnell um. Na, dann kannst du das Feuer ja jetzt nutzen und wieder Musik machen. Kuss, Kuss. Das war der Startschuss. Das hier ist sowas wie ein Startschuss, Baby. Ich lass den Stay jetzt auf den Gottverdammten Markt los, Baby. Oh, das ist mehr als nur ein neuer Release von einem deutschen MC. Das ballert wie dein Beutel von Weed. Oder Holy Energy, mein Partner in Sachen Energydrinks. Das hier ist mein Liebling, der Lemon Lizard. Ja, der ist wirklich so... Da müsst ihr mal was schicken, wenn ihr das seht. Schicken. Der schmeckt wirklich am allergeilsten. Ich trinke im Moment aber kein Energy, weil ich auf Medikinet bin. So ein bisschen ADHS-Diagnose bekommen. Du musst gucken, wo der Kopf hinspringt. Und ich trinke meinen, ich hab's mal wieder vergessen, Miese, correct me if I'm wrong, Acai und Hibiskus-Tee. Das ist dieser, wundervolle. In der passenden Bottle dazu. Du Dreckig Schwein. Hast du jetzt gerade Werbung auf eine Reaction gemacht, auf die ich reagiere und hast das Vielfaches... Das war eine von meinen Übergängen. Den hab ich gar nicht kommen sehen. Ich dachte jetzt, okay, er macht jetzt ein Snagger und Pillard Rap. Aber dann hat Snagger und Pillard gesagt, hier ist mein Energy-Drink. Ehrenlos. Gut, ihr wisst ja, ich bin ja der ehrlichste Mensch auf YouTube. Wenn es nach Hundescheiße schmecken würde, ich würde sofort sagen, es schmeckt nach Hundescheiße. Ich glaube, sogar Leute würden das kaufen, wenn du sagen würdest, es schmeckt nach Hundescheiße. Es schmeckt wundervoll. Gerne mal den Link in der Beschreibung auschecken. 100% vegan, weniger als ein Gramm Zucker. Und jetzt reicht's aber auch mit deinem Werbemaul. Rein da. Also, ich hab die nicht kommen sehen. Kuss. Hab's so wild, alles gut. Also, bevor ihr irgendjemand Beef reininterpretiert. Alles okay. Alles gut. Er geht jetzt auf jeden Fall ab. Er kommt direkt auf so ein Battlebeat. Okay, er kommt direkt auf so ein Dangerbeat. Flächendeckendes Sub-Wessel. Irgendwelche Trill-Samples. Ist nicht die Richtung Krill. Und los. Aber diese Samples gehen in dieses Krill-Feeling. Ganz kurz vorweg. Verdammt nochmal. Spoilert mich nicht. Ich will nur eine Sache wissen. Oder nee, ich will's nicht wissen. Aber ich wollte gerade fragen, ist es ernst gemeint oder nicht. Aber ich vertraue einfach mal auf meine Wahrnehmung. Ich glaube, Jay wird da wahrscheinlich... Ich kann mir nicht vorstellen, wie es... Also, wenn er nichts weiß, dann erwartet er jetzt hier so eine White-Titty-Scheiße, ne? Dann erwartet er jetzt hier so einen Außenseiter-Song wahrscheinlich. So von wegen... Hey, yeah. Zeig mir deinen Arsch, Babe. Ihr habt vergessen, wo ihr herkommt. Boah, Lige. Alter. Also, Lige. Wilde Whisky-Stimme. Digga. Ja, vergessen. Er ist ein bisschen so... Digga, das ist ein bisschen so Rilla oder so. Joe Rilla schon das zweite Mal heute Thema. Joe Rilla feiert ein Comeback. Er löst sich aus Haudegen raus und kommt als Joe Rilla zurück. Skur. Es ist wahr. Der Osten rollt zurück. Ihr habt vergessen, wo ihr herkommt. Was ist aus euch geworden? Es geht nur um schnelles Geld. Wie könnt ihr es euch besorgen? Das wird es öffentlich, damit jeder Zeuge wird. Unterwerfe ich den Beat wie die Kirche Gläubige. Ich bin ein bisschen beeindruckt von seiner Stimme, weil er klingt so, als wäre er... Ja, klingt so, wie Joe Rilla aussieht. Dick. Als wäre er 50 Jahre alt und würde, seitdem er 14 ist rappen... Warte, was, was, was? Was, warte, 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 warte. Als wäre er 50 Jahre alt... Bin ich? Fast. ...und würde, seitdem er 14 ist rappen... Tue ich. ...hätte mit 30 Jahren eine Schießerei... ...hätte 18 Jahre nicht rappen können, weil seine Stimmbänder am Arsch gewesen wären aufgrund der Schießerei... ...und er ist mit 48 aufgestanden... Tatsächlich basiert der Song und das gesamte Bild Get Rich or Die Trying basiert auf meinem Leben. Hausegang hat einen Text geschrieben und jetzt ist sein Comeback mit 50. Ist es wahr? Als alte Hiphop-Legende. Findet Stay Joe Rilla eigentlich gut oder schlecht? Ich finde Joe Rilla super. Hallo? Joe Rilla ist krass. Joe Rilla ist krass. Joe Rilla hat damals einen Song gemacht, der mir immer noch in Erinnerung blieb. Chromatischer Filter auf einer Kamera. Er steht oberkörperfrei. Man sieht ihn bis zum Schultern und rappt dann halt von seinen Kollegen, was da schiefgelaufen ist. Rilla ist insane. Einer der Songs, den ich nie vergessen werde. Ich weiß gerade nicht aus dem FF, wie er heißt. Aber Joe Rilla ist krass. Joe Rilla ist wirklich krass. Das ist krass. Einen Song, den ich niemals vergessen werde. Außer den Titel. So. Außer den Titel. Aber der eigentliche. Direkt so, wie der mein Film, so Doubles zu laut, Digga. Oh, Hals, Maul. Doubles sind... Für mich sind die Doubles zu laut und zu unsauber. Das stört mich immer so. Es hat immer so ein Mixtape-Feeling, Jim-Jones-Feeling. Ja, natürlich soll es. Es soll ein Mixtape-Feeling sein. Das ist ein YouTuber, der einen Song macht. Das ist schon okay. Um schnelles Geld, wie könnt ihr es euch besorgen? Das wird jetzt öffentlich, damit jeder Zeuge wird. Guck mal. Das wird jetzt öffentlich, damit jeder Zeuge wird. Die Frage bei sowas ist natürlich immer, wer hat den Text geschrieben? Unterwerf ich den... Ja, Sido war es nicht. Sido war es nicht. Sido war es nicht. Tatsächlich habe ich den Text selbst im Juice-Forum schreiben lassen. Tatsächlich habe ich den Text aus einem Chat-GTP, aus einer Chat-GTP-Frage heraus kopiert. Den Beat wie die Kirche, Gläubige. Es ist Zeit, mal wieder aufzuräumen. Feier deine Freie spiele. Ich verfolg dich aus den Träumen. Digga, Digga, Digga. Es ist Zeit, mal wieder aufzuräumen. Feier das... Ich liebe ja sowas. Krass der Float, Digga. Ich liebe auch dieses Ding. Also diese Sound-Effekts. Oh Gott, Alter, das ist so merkwürdig. Also man sieht Leute, die reagieren auf diesen Song. Und wir haben ja schon ein paar gesehen, die sagen dann, krass und so. Aber jetzt merkt man einfach, dass man da jemanden hat, der so tief im Sumpf des Hip-Hops lebt, dass es Moos auf ihm wächst. Und dass er halt eine ganz andere Herangehensweise hat. Also wirklich, das ist wirklich, da kommt wirklich so ein Baumbart aus dem Wald raus und sagt, was hast du mit Rap gemacht? Rap hat dir nichts getan. Und er slampt dich weg oder lässt sich halt in den Wald, ja. Mit in seine Songs zu bauen, das mache ich ja ständig. So, aber dieses Ding und dann diese Pause. Beat wie die Kirche, Gläubige. Bing, ah. Es ist auch dieses Ah. Ah. Routiniertes AdLab. Bing, ah. Jeder Zeuge wird, unterwerfe ich den Beat wie die Kirche, Gläubige. Ah, ah, ah. Es ist Zeit, mal wieder aufzuräumen. Feier deine Freispiele, ich verfolg dich aus den Träumen. Feier deine Freispiele, ich verfolg dich aus den Träumen. Es ist Zeit, mal wieder aufzuräumen. Feier deine Freispiele, ich verfolg dich aus den Träumen. Krass. Das ist sau-dope gerappt. Ich zerfresse deine Seele via Korrosion. Meine Stimme ist, was du hörst, bevor der Tod dich holt. Yeah. Ich weiß nicht, was Akkhorrosion ist, ne? Korrosion. Zersetzen. Etwas frisst, wird aufgefressen. Aber mein... Etwas löst sich auf. Zerätzt. Meine Stimme ist, was du hörst, bevor der Tod dich holt. Seele via Korrosion. Meine Stimme ist, was du hörst, bevor der Tod dich holt. Ich schreib ja jetzt erst, dass es ein Denzel Washington-Dist ist, Digga. IQ leiser. IQ leiser, Digga. Der IQ ist so laut. Mach mal den IQ leiser. Ja, 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 ja. Oh Gott. Yeah, was ist mit Kevin passiert? Er war vielleicht etwas dumm, aber wurde respektiert. Er war ein einfacher Junge. Gefeiert von den Fans. Doch dann kam das Geld. Die Slotmaschine brennt. Digga, ich sag dir ganz ehrlich so, jetzt von den Reimen, das ist manchmal ein bisschen so dünne, so. Aber ich bin wirklich... Ich weiß nicht, hat er irgendwie eine Rap-Vergangenheit oder so? Ja, ich habe die Texte im Sie-Forum damals für Kollegah geschrieben. Den fand er nicht so gut, aber... Und dann habe ich angefangen zu rappen. Also ich bin wirklich beeindruckt. Es ist zu hoch gestochen wie ein Arschgeweih im Nacken, aber ich bin... Ich bin sehr positiv angetan und verwundert darüber, wie nice er flowt stellenweise. Es gibt diese Rapper, die da... Ja, bei den Schützen auf Tupac saß ich im Kofferraum. Da sag ich ja immer, die können irgendwie schreiben und rappen und alles so, ne? Aber dann gibt es diese Rapper, wo du irgendwie hörst, dass die den Beat beherrschen. So, ähm, so, so... Keine Ahnung, gibt es zu viele, wie wir sind alle aufzählen, so. Aber man hört da irgendwie so einen Unterschied. Und er hat für mich halt überhaupt nichts mit Rap zu tun, aber er beherrscht den Beat. Wie jemand, der seit 80 Jahren rappt. Schön. Ja, krass. Also nochmal, ich sag's nochmal. Guck mal, es ist sehr faszinierend, jemanden, der sehr tief in der Thematik ist, das Ganze mal analytisch auseinandernehmen zu lassen, ja? Ähm. Einfacher Junge, gefeiert von den Fans. Und dann kam das Geld, die Slot maschiert. Er war ein einfacher... Was ist mit Kevin passiert? Er war vielleicht etwas dumm, aber wurde respektiert. Das ist genau so eine Stelle. Was ist mit Kevin passiert? Er ist vielleicht etwas dumm, aber Bergen und der... Was er, das sagt, keine Ahnung, was er reißt. Aber dieses vielleicht etwas... J. Jiggy hat Flair erfunden, damit der Rap erfinden kann. Dumm. So flowst du nur, wenn du's kannst. Und nicht, wenn dir irgendjemand einen Text schreibt und vorrappt. Er war vielleicht etwas dumm oder desinteressiert. Er war ein einfacher... Was ist mit Kevin passiert? Er war vielleicht etwas dumm, aber wurde respektiert. Er war ein einfacher Junge. Gefeiert von den Fans. Doch dann kam das Geld, die Slotmaschine brennt. Was ist so falsch mit euch? Ihr findet Titten Streamer's heiße. Aber Casino-Placements, geiles Zeug. Er verdient Shane bis... Erste Schwachstelle im Text. Das war irgendwie komisch gerade. Das war die erste Flow-Schwäche so. Ihr findet Titten Streamer's heiße. Das war... Dann kam das Geld, die Slotmaschine brennt. Was ist so falsch mit euch? Ihr findet Titten Streamer's heiße. Also ich hab nie gesagt, dass ich Titten Streamer's heiße finde. Was? Ich darf jetzt wieder nichts sagen. Die Slotmaschine brennt. Was ist so falsch mit euch? Ihr findet Titten Streamer's heiße. Aber Casino-Placements, geiles Zeug. Er verdient Shane bis zur kognitiven Dysfunktion. Ihr verdient Shane bis zur kognitiven Dysfunktion. Aber Casino-Placements, geiles Zeug. Er verdient Shane bis zur kognitiven Dysfunktion. Doch hab keinen Vater, der ist kippenhoher. Er hat vergessen, wo ihr herkommt. Geil delivered, ausgelutschte Zeile. Oh Mann, Entschuldigung. Aber dieses Vater, ist er so ein YouTube-Vater? Spielt er so mit diesem Image? Er ist ein YouTube-Vater? Opa. Also ich muss sagen, Stay gehört immer noch nicht zu den YouTubern, die ich so viel gucke. Ich weiß aber, dass er manchmal, wenn es so hier und da Clinch gibt, Fitner, Streitereien, Beef, Mief, dass er so quasi der Ringrichter ist. Ist das so? Dass er so zwischen den Stühlen... Er ist Twitch-Vater. Twitch sein Vater. Kein Vater, der ist kippenhoher. Ihr habt vergessen, wo ihr herkommt. Ihr habt vergessen, was ihr seid. Ihr haltet alles für so selbstverständlich. Doch seid, wir sind nicht allein. Ihr habt vergessen... Schade, finde ich. Ich finde, dass die Hook, Geschmackssache, das ist auf jeden Fall subjektiv, mir nicht gefällt. Ähm, weil die, ey, die ist langgezogen, ne? Und ich finde auch, dass die Hook vom Skill-Level nicht auf dem Skill-Level mitspimmt, wie der Part geflowt ist. Irgendwie. Die Hook ist auch vom Timing her, ich finde, das groovt nicht so. Wo ihr herkommt, ihr habt vergessen, wer ihr seid. Aber okay, ich verstehe ja ganz wenig und so. Ich bin ja nicht so der, der, der krasse YouTuber, der so alles weiß, so, ne? Wo kommen sie denn her? Also, was ist das für ein Einspieler? Wo kommen sie her? Und an wen ist das alles? Mhm. An die ganzen Leute oder was die... Ja, das sind, dass die Hook nimmt natürlich Bezug auf die Leute in den, in den, in den Fersen, ja. Das stimmt. Jetzt den Dicken machen auf YouTube und auf einmal, ähm, oder auf Twitch und jetzt auf einmal so krass abgehen, obwohl er schon seit 20 Jahren da mitmacht. So ist das gemeint. Ich kann ihn kennen, leider den Theo nicht, Digga. Warum hat mich der jetzt nur getroffen? Warum hat mich der denn jetzt getroffen? Ich kenne den Theo leider nicht, Digga. Vollkommen zerrissen. Ach, du meine Güte. Wahrscheinlich war er es wie gesagt hat, wie er es gesagt hat. Du bist der nächste Theo, von dir kann man nur enttäuscht sein. Ich kann ihn kennen, leider den Theo nicht, Digga. Du bist der nächste Theo, von dir kann man nur enttäuscht sein. Komm zurück auf Twitch und scheiß dann gleich erneut. Mit Casino-Placements ziehst du dir Geld und rufst dann auf der Gamescom, free Andrew J. Ach, der ist, Ach, Theo ist der, Theo ist, wie ist denn der Streamer-Name? Skiros, ach so. Okay. Du verspielst dir mehr als Asche, vor allem deine Werte, also wenn du... Ich mag, guck mal, dieser Flow, vor allem deine Werte, du verspielst dir mehr als Asche, vor allem deine Werte, der hat diesen Stotterflow und das ist schwer zu rappen, Digga. Das machst du nicht mal, wenn du das erste Mal vor dem Mic stehst. Du verspielst dir mehr als Asche, vor allem deine Werte, also wenn du nie mal hattest, deine Fans, süchtig in der Spiegel, so am zerbrechen, diese ganzen Schäden, kann dir keine Steakette ersetzen, schlacken sich drei Clowns, fasst deine rein, ich mein drei Clowns. Jetzt hab ich mitbekommen. Keine Steakette ersetzen, schlacken sich drei Clowns, fasst deine... So süß, es ist so süß, dass er versucht, hinter diesen Drama herzukommen. Warte mal, das kenn ich doch. Warte mal. Er ist wie dieses Meme von DiCaprio, wie er auf dem Stuhl sitzt, mit dem Whisky-Glas in der Hand und dann so. Weißt du, er ist so dieser, ist der. Das kenn ich. Das ist mir was, das sagt mir was. Das schließt Tanzverbot ein. Okay, warum sagt er das so explizit, dass es Tanzverbot einstellt? Weil Tanzverbot eigentlich... Also Tanzverbot ist auch eigentlich voll der Korrekte, oder? Genau. Der sich auch voll gegen diese... gegen diese Slotten und Glücksspiele und so ausspricht, oder? Genau. Tanzverbot ist doch eigentlich ein Ehrenpaar, Ruder. Weil er Tanz ja eigentlich mag. Von Tanzverbot war das auch nicht korrekt, was er... Ja, Tanzverbot ist halt mega impulsiv so. Nice allein. Sehr, sehr nice allein. Aber schreibt er dann wirklich selbst? Ja. Ich und meine vier Leute im Forum. Nee, ich schreibe das selbst. Also bevor hier irgendwer... Also... Es ist von mir. Darum ist die Hook auch so schlecht. Also wenn er jetzt wirklich so, ne? Ja. Wenn er wirklich so rappt, wie er gerade rappt und das alles selber schreibt und man aber als Rapper noch nie was von ihm gehört hat... Scheiße, kommt jetzt der Universal... Jetzt kommt... Kann ich mit dem Video jetzt sogar in Universal gehen? Dann gibt's eigentlich noch einen Grund dafür. Er ist Rocker oder Schlagersänger vom Herzen. Also so ein Schlagersong? Weil wenn du so Texte schreibst und so flows und so rappst, warum machst du nie Rap? Ich hab das schon mal erklärt, ja. Weil es jetzt gerade so gut passt. Ich hab sehr viel Mucke gemacht. Und war dann auch mit Leuten unterwegs, die dann halt auch dafür bezahlt wurden und so und ist ein bisschen Geld geflossen. Aber es hat halt nie gereicht. Es gibt zu viele Leute, die gut Musik machen, die es aber nie schaffen, irgendwo hin. Und wenn ich mich jetzt dazu zähle, ist das halb so wild. Das, was ich für mich entschieden habe irgendwann, ist, dass Mucke einfach nur noch ein Hobby ist. Ein bisschen was. Aber nicht... Aber jetzt nicht auf Krampf, weißt du? Es hat nicht sollen sein. Ist all good. Passiert. Gibt zu viele Leute, die viel krasser sind und bei denen es nicht läuft. Und das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist der Grund, warum ich es nicht mache. Oder warum ich nur hier und da was mache. Feed Jay Jiggy und Lance Butters. Oh, mit Lance würde ich aber auch schon ein Feature machen. Vielleicht kommt das, nachdem Sido zurückgedisst hat. Boah, mit Lance würde ich... Boah. Bruno. Ja. Ja. Ich bin bewaffnet mit den nächsten Zeilen. Geht lieber in Deckung, denn das kann auch nicht das Ende sein. Bei mir wird der Insim-Modus leider nichts nützen. Peter zwiggert's da. Koja Goldstein. Koja Goldstein. Wo soll ich denn darüber reden? Während Koja Goldstein von den wahren Verbrechen in den Niederlanden spricht, rede ich davon, wie der Sitz meines Textil-Bürostuhls langsam ausbleicht, oder was? Koja Goldstein redet von Schüssen mit der AK auf irgendwelche rivalisierenden Gangs und bei mir ist so langsam so ein Fleck auf meinem Gaming-Chair. Übrigens, jetzt mal Real Talk, mein Sitz ist wirklich langsam so ein bisschen durch. Ich werde... Ich kriege bald... Gibt's bald einen neuen Stuhl. So. Auf diese Art. Auf diese Art. Ja. Gottes Willen. Lustig. Peter zwiggert komplett. Fett. Äh, ich... Also... Ich... Ich find's echt ziemlich... Es ist natürlich bei sowas immer so, wenn du da so mit einer Null-Erwartungshaltung reingehst und denkst, da kommt irgendein YouTuber, der jetzt mal wieder einen Song aufnimmt und jetzt auch Rapper ist, denkst du dir halt, ja gut, was kommt da so, ne? Aber das ist wirklich so... Vielleicht manchmal nicht vom Timing so ganz tight drauf oder in Sachen Reimen könnte auf jeden Fall mehr gehen, so, ne? Aber so Stimme, Flow, Betonung, so, das ist, Digga, dope. Vielen Dank. Leider nichts nützen. Peter zwiggert Style mit dem Whiteboard von ich. Wir haben vergessen, wo ihr herkommt. Wir haben vergessen, was ihr seid. Ihr seid... Süß... Aus! Alles will so selbstverständlich so sein, letztendlich allein. Ja, Wir haben vergessen, wo ihr herkommt. Wir haben vergessen... Oh, was ist das denn für eine gute Reaktion, Niggi? Ihr seid... Jetzt macht ihr mal keine Klicks und auch keine Abos, dann seid ihr wohl ziemlich allein, yeah. Ja, komm, gib uns noch einen. Apo Red, Apo R-E-D. Das Lustige ist, dass es wie so ein Kirschenchor aufzieht. Das hatten wir mal, als wir FIFA gezockt haben früher mit... Hakan... Chalanolu... Hakan... Chalanolu... Es ist klar, was für ein Pisser du bist, von Bombenbrank zu Insolvent, es wird jetzt bitter für dich. Ist dein Vater stolz oder denkt er, ach, er hat dich meiner Frau doch lieber damals auf die Tippen gespritzt, yeah. Digga, er kommt sogar mit A, H, B, A, Reimschema. Er hat auf jeden Fall, also ich weiß, was es ist, er hat mein Rap-Tutorial gekauft. Das ist es. Warte mal. Er ist eh Fan. Jetzt ist es raus, vorhin... Jetzt schließt sich der Kreis. Scheiß drauf, Digga. Was für ein Pisser du bist, von Bombenbrank zu Insolvent, es wird jetzt bitter für dich. Ist dein Vater stolz oder denkt er, ach, er hat dich meiner Frau doch lieber damals auf die Tippen gespritzt, yeah. Er ist geil, also geil betont, auch gut gereimt, auch stilistisch gesehen, Schema A, A, B, A, auch nice, aber... auch gegen Apo Red zu schießen, aber... finde ich absolut nachvollziehbar, aber... was ist das Problem jetzt? Und habe ich auch überhaupt kein Problem mit bei den Dingen, die man im Internet so macht, dann hat man einfach Digga dann, ne, ne, also würde ich niemals irgendwie widersprechen, aber... Ah! Da ist er! Ich finde sowas halt, es ist auch wahrscheinlich so meine Meinung, ich bin so manchmal so, wenn du so ein Diss aufziehst und jetzt so Apo Red den Beat kurz aussetzen lässt, dann kommt noch irgendwelches Streicherein, bitte, 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 du kriegst voll das Filmfeel und denkst, okay, jetzt kommt Spannung so, ne, und dann kommen die ersten vier Zeilen und die Pointe von den vier Zeilen so, ne, wo du so denkst, okay, du bist gerade ein Mächtiger in einem Film drin, da wird jetzt einer beerdigt, kommt, hat dein Vater gedacht, er hätte deiner Mutter lieber auf die... Das ist so ein bisschen so... Ja, perfekt! Hallo? Das ist... Hä? Na klar! Ja, perfekt! Fang mich doch, du Eierloch! Hey, du bist dumm, Spiegel! Das ist so ein bisschen so, auch so voll der ausgeluchte Spruch und das ist auf absolut Kindergartenniveau und da ich das Wort letzte Zeit sehr oft gebrauche, finde ich das ein bisschen infantil, lieber Stay. Ja, so bin ich. Bisschen zu infantil für mein Alter. Du wirkst auf mich sehr infantil in dieser Aussage. Mhm. Vielleicht mal den nächsten Arzt aufsuchen. Spaß, ne, nichts zu machen. Finde ich, ähm, crash das Feeling ein bisschen. Oh, da denkt er, ach, er hat sich meiner Frau doch lieber damals auf die Tippen gespritzt. Yeah, von mir nie einfach mal so richtig gefickt und trotzdem empfindet absolut keiner Mitleid für dich. Ja, du bist dir das Sofa, das warst du schon immer. Du denkst, es wird besser, es wird noch viel schlimmer und Ruf. Die Zeit bei dir war mal gar nicht so, Mann, du... Ey, auch dieses, guck mal, das ist so krass, wie er den Beat fühlt und dass er weiß, er muss den Drop mit irgendwas füllen. Denkst, es wird besser, es wird noch viel schlimmer und Ruf. Die Zeit bei dir... Was sagt er da? Es wird noch viel schlimmer und Ruuuuh. Genau, das sag ich. Was sagt er da? Ja. Es wird noch viel schlimmer und dieses Ruuuuh, was auch immer er sagt, ist... Es ist kein Wort, ist einfach nur... Ruuuuh. Ein perfektes Element, um einfach den Drop mitzunehmen. Richtig guter Drop, ja, safe, mega, mega guter Drop. Es wird noch viel schlimmer, Bro. Bro. Das warst du schon immer, du denkst, es wird besser, es wird noch viel schlimmer und Ruf. Die Zeit bei dir... Nee, es wird noch viel schlimmer, er brüllt, glaube ich, einfach nur. Hast du schon immer, du denkst, es wird besser, es wird noch viel schlimmer, Bro. Die Zeit bei dir war man gar nicht so nice, wenn Insimonus war gedacht, als so ein Marketing-Hein. Doch soll mir gesagt, die Tat im Scheinen doch strafbar zu sein. Du erfindest Ausreden, weil dich Panik ergreift. Du bist nicht lächerlich. Real Rap, ja. Also es gibt so... Wo habe ich das letztendlich auch wieder... Egal. Aber es gibt so Leute, ich bin halt so... Es gibt so immer so... Ich bin halt so... wenn ich Apo Red wäre, was ich Gott sei es gedankt, nicht bin. Jeder fragte sich mal, was wäre, wenn ich Apo Red wäre? Was wäre, wenn ich der Main-Character wäre? In den Schuhen des Main-Characters, in den Jordans des Main-Characters stecken würde? Dann, ähm... Also ich verstehe, es gibt ja viele Menschen, die so... Diese Lügenspirale und so immer weiter und so auf ihren Lügen behaaren und... halt mit dem Presslufthammer es den Leuten irgendwie eintrichtern wollen, so dass die Wahrheit sagen und obwohl jeder halt schon längst weiß, die ja, du lügst so... Und ich versch... Also... Ich war Gott sei Dank auch nicht in so einer Situation, halt, dass ich gelogen habe. Ich halte sowieso ganz... Ich bin... Ich hasse es einfach... Also natürlich lüge ich auch mal. Ich habe auch Notlügen. Natürlich so kleine Lügen. Das machen wir alle. Mann, wir sind alle keine Saubermänner, so, ne? Ähm... Aber so einer meiner Kodi oder ein Kodex von mir ist so, eigentlich immer die Wahrheit zu sagen, so wie es ist. Weil mir das unglaublich Druck rausnimmt, so, so. Ich weiß nicht, so... Auch... Ja, wenn halt mal Scheiße passiert ist oder ich Fehler gemacht habe oder so, ne? Und... Er manövriert sich selber so hart runter und in so eine Parallelwelt, Apple Red, das ist schon... Es ist eigentlich schon zu spät für den Move, den ich Ihnen schon vor, weiß ich nicht, wie viele Monaten geraten hätte. Ich sage immer so, so wie es auch damals bei... Wenn das als Fehler zu deuten ist, äh, mein April-Scherz am 1.4. vor zwei Jahren oder so, als ich diesen Upload gemacht habe, God Flavor oder so, ne? Und ich merke, dass viele von euch das in den falschen Hals bekommen haben. So, ne? Und da ist einiges nicht so gerade gelaufen und ich denke mir dann, bevor ich... Ich weiß nicht, was da passiert ist. Was ist da passiert? Ich dann halt doch so in so einer kleinen Situation schon völlig den Gegenwind aufmache und so völlig in dieses... Ah, ich verteidige... Gibt auch hier bestimmt ein paar Jiggy, äh, Wikipedia-Nerds, die mir jetzt sagen können, was vor zwei Jahren am 1. April passiert ist. Ihr Mensch, aufs Blut! Denke ich auch einfach, okay, wenn das so bei euch ankam, dann tut's... Er hat vorgetäuscht, im Julien-Turnier mitzumachen. Ah, er hat gesagt, er ist bei Julien Bam... Nee, Juliens Block. Juliens Block dabei, aber hat er nicht gemacht. Ach, das klingt jetzt nicht so wild. Es tut mir leid, so, ne? Obwohl es gar nicht vergleichbar ist, weil ich hab nicht bewusst irgendwelche Scams betrieben oder irgendwelche Leute... Das hab ich nie gemacht, so. Für mich ist einfach hier der Punkt, die einzige Lösung, die ihn da rausholt, dicke, meiner Meinung nach, ähm, oder nee, es gibt zwei. Entweder er muss auf die Dummheit von den ganzen Internet-Kiddies vertrauen oder von den dummen Leuten, die, äh, sowas, auf sowas keinen Wert legen wie Ehre oder, oder Ehrlichkeit oder Charakter oder sonst irgendetwas. Äh, und wenn es die nicht geben würde, blieb ihm eigentlich nur noch die Lösung, sich hinzusetzen und zu sagen, ich hab gelogen, ich hab Scheiße gebaut, es tut mir leid, dicke. Und jetzt geht ihr damit um den Ball abgeben, dicke. Eine gute Taktik ist den Ball abgeben. Und den Ball gibst du ab, in dem du dich hinsetzt und sagst, ich hab Scheiße gebaut, ich schäme mich, ich hab euch jahrelang verarscht, ich hab versucht, damit Geld zu machen, es tut mir leid, ich zieh mich aus dem Internet jetzt erstmal zurück, geht mit der Situation um wie ihr wollt, ich versteh, wenn ihr mich hasst, bis dann, euer Apo Red. Und dann einfach mal warten. Und dann mal so zwei, drei Monate warten und wieder zurückkommen. Und dann frage vielleicht ein Video mal, und, wie ist diese Sachlage, hasst ihr mich noch, keine Ahnung und so. Aber so wie er da, also das ist für mich, das ist wirklich, das ist, das ist für mich, das ist halt, das ist. Schade, dass J.G.G. nicht der Manager von Apo Red ist. Das ist, das ist für mich krank. Das ist für mich krank, wenn man nicht normal denken kann, um, um da die Wogen irgendwie klänen zu können. Keine Ahnung. Und das wär okay, findest Ausreden, weil dich Panik ergreift. Du bist nicht lächerlich reich. Und das wär okay, nur willst du allen zeigen, dass du etwas Besseres seist. Ja genau, du bist nicht lächerlich reich. Und das wär okay. Das ist ja kack dicker, das ist doch voll okay. Das ist doch voll okay. Du redest von Penthouse, dass du nicht in den Miesen bist. im Sozialbau kauf dir einen Fliesentisch. Ich find's sehr gut. Also ich find's wirklich sehr interessant. Es gibt jetzt auch so ein paar Betonen, die nicht so nice sind. Aber es kommt, aber es kommt der ganze Track über, kommt nichts, was irgendwie gewollt wirkt. Gewollt und nicht gekonnt wirkt. Es wirkt alles irgendwie routiniert. Auch dieser übertriebene Stimmeinsatz hier. Range Rover. In die Arge, in die Arge, Digga. Dope Beat Cut auch. Du Goofy. Ja, Vincent ist das. Das ist aber alles im Nachhinein passiert. Wenn du den Produzenten direkt an der Hand hast, dann kann er das einfach on the fly machen. Die zweite Hook jetzt gefällt mir besser als die erste auf jeden Fall. Aber auch nicht so geil. Ja. Es ist irgendwie alles, ich hätte fast gesagt rund, rund. Weiß gar nicht, aber es ist irgendwie alles. Es ist doch, es ist irgendwie rund. Also er beherrscht es schon, was er tut. Jeder versucht etwas zu retten, ist doch zwecklos. Was Main Character, das ist doch peinlich. Deine Fähigkeiten reichen nicht mal für einen Sidekick. Das ist die Abrechnung und ihr seid als Zeuge da. Das ist mein Signal, das hier ist mein Luftfeuer. Alles andere egal, nicht vergleichbar. Ich bin das A und O. Ich bin der Equalizer. Das ist die A... Ich bin das A und O. Ich bin der Equalizer. Kommt da doch ein Denzel Washington Vergleich. Das würde ich feiern, weil dann würde ich mal eine Filmzeile verstehen. Rechnung und Tier, seid als Zeuge. Das ist mein Signal, das hier ist mein Leuchtfeuer. Ich bin Denzel Washington. King Kong ist nix gegen mich, als wäre ich Denzel King Kong ist nix gegen mich, als wäre ich Denzel in Training Day. Jackie auf Axe und ich hänge im Escalade. Alles andere E-Kam. Dicker, er fährt so... Ey, Jiggy ist einfach gefangen. Jiggy ist gefangen. Ey, ganz ehrlich, Jiggy ist jemand, der sitzt auf Toilette und sucht sich was zum Lesen und rappt dann im Kopf aus dem Inhalt des Produktes, das er liest, aus Langeweile. Wirklich. Krass. Ich frage mich, wann die Zeit aufhört oder wann wieder dieser neue Rush an Beats kommt, auf die man rappt, wenn man jemanden disst. Weil diese Beats sind echt immer so diese gleichen so. Immer Streicher, Chöre. Natürlich. Picasso. Wie heißt dieses... Piccato? Piccato, glaube ich, oder so. Aber passt ja auch. Passt ja auch. Also, ähm... Chapeau. Ja, fett. Staccato, Sticcato, Piz... Pisic... Pisicato? Pisicatop? Piccato, Staccato? Deutschrap Tutorial. Kein Wunder, dass er das sagt. Das... Er ist der Inhaber des drei größten Deutschrap Tutorials. Deutschrap. Unlimited. So. Deutschrap Tutorial. Du willst wissen, wie's der gelernt hat, so zu rappen? Er hat sich heimlich mein... das größte Rap Tutorial Deutschlands gekauft. Unlimited. Er hat nur den Bereich über den Chorus geskippt und das hört man an. Deutschrap Tutorial. So. Aber sehr sympathische Reaktion. Wirklich. Sehr sympathische Reaktion. Sehr, sehr nett. Sehr gelacht. Sehr gelacht. Stay feed Morlock Dilemma. Ich hab mal mit Morlock Dilemma auf meinem gelöschten Instagram-Account geschrieben. Das war wild. Morlock Dilemma, Alter. Feuer über Deutschland. Vier. Boah. Das war wild. Ist der eiserne Besen mal kurz durch die DMs geflogen, ey. Gibt's Künstler, mit denen du gerne was machen würdest? Nee, also ich fang jetzt nicht an. Ich will ja jetzt nicht Mucke machen. Ich muss nicht die Mucke machen, so. Heutzutage musst du auch als MC keine Mucke mehr machen. Die finden ja auch alle auf Twitch statt. So, das ist eigentlich... Das ist eigentlich egal. Schade, bist du mega gut. Ja, ich... Aber das ist nicht... Wirklich. Klär ich das einem rational denkenden Menschen oder einem nicht rational denkenden Menschen. Das ist cool, aber ich hab genug zu tun mit meinem Stream und ich muss nicht noch... Ich mach Songs, wenn ich Bock habe und wenn die cool sind, dann ist das cool. Aber ansonsten... Ich weiß, dass das Interesse besteht. Eine Menge Leute finden das auch extrem geil und ich find's auch nett, dass das so ist. Aber ich mach das nicht auf Kampf. Ich mach das nicht auf Kampf. Ich mach das halt so ein bisschen, wenn ich Bock habe. Und wenn die Leute das freut, wenn ich darauf Lust habe, dann ist das cool. Ich... Weiß ich nicht. Wir können den Song auch auf Spotify hören. Alles gut. Alles okay. Ich bin... Heutzutage kannst du das halt auch alles selber schon hochladen und so. Also über Distro-Kit und so. Das geht alles. Ich glaube, das Beste, was man dazu sagen kann, ist... Leute, ich habe aus einem meiner Hobbys schon meinen Beruf gemacht. Ich möchte gerne das andere bei einem Hobby belassen. Ich glaube, das ist es. Also das andere Hobby würde ich gerne bei meinem Hobby belassen. Hattest du Vorbilder oder Einflüsse, was deine Musik angeht? Alles, was musiktechnisch aus... aus der Morlock, Hiob, Funkverteidiger Richtung kommt, Schaufel und Spaten, hat mich an einem gewissen Punkt sehr geprägt. Dazu dann noch Audio 88 und Yasin und Yasin lyrisch eher. Wie ihr Namen hast du dir ausgedacht? Nee. Yasin, Entschuldigung. Ich... Ich nenne... Der... Der... Der Mann heißt jetzt Yasin. Weißt du so. wo...